Ich bin ein exklusiver 1A-Bodyguard. Und Sie sind der meistgesuchte Auftragskiller der Welt. Mein Job ist es, Ihnen Gefahren vom Hals zu halten. Scheiße, was soll die Kacke? Sie überleben nicht eine Stunde ohne mich. Fick dich! Lecken Sie mich am Arsch! Danke, du mich auch! Verdächtige sind auf dem Dach. Nein, 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 springen ist schlecht. Es muss einen intelligenteren Weg geben. Nein, Motherfucker! So eine verfluchte Scheiße. Ich hoffe, die bringen ihn um. Ja. Dieser Typ hat im Alleingang die Bedeutung von Motherfucker entwertet. Tick, tack, Motherfucker! Ich war mal ganz oben. Gott, verdammt! Ich baller dir gleich Bleienart. Hast du irgendwann schon mal bitte oder lange gesagt? Bitte, Motherfucker! Warum bringen wir uns dort an? Scheiße. Großer Gott! Ich jetzt... Noch nie was von Anstlein gehört? Jede Flumef 좀... Jo ред. Und ich war echt nicht so late. Du blick dir! Ich guure's letztendlich! Was're von Anstlein700. ? Ich gucke dich Ja! Ja! Mit dir sprechen in diecloud Moż! Nee! Ich gucke dich wäre doch!